Der verkauft schon seine Provinzen. Du glaubst, dass wir dich schützen, was? Deine Naivität ist süß. Wird es übrigens nicht. Du brachst das Bindern, was machst du denn? Was tust du? Also, greif mich jetzt gleich an. Wahrscheinlich. Das hat scheiße an scheiße gereiht. Eine kurze Runde. Verstehe nicht, wie du immer diese Bindnisse bekommst. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, nö, kann ich nicht machen. Das sieht hier aus. Scheiße, sieht es hier aus. Kompos Marge ist reich. Er klettert viel nur den Knick. Komm schon. Nein. Doch, doch. Nein, nein. Da kann er seinen Spaß haben. Wann ist denn das fertig? Ah, ist doch noch ein bisschen zu lang. Ja, er hat gleich das mega Bündnis in Frankreich bekommen, glaubst du. Wie auch immer er das wieder hinbekommen hat. Frankreich weiß halt, was gut ist. Ja, über einen Cheatlauf. Wahrscheinlich Einstellungen eben gemacht. Kannst du es nicht einfach machen, da sagt er einiges. Bündnis-Sheet. Das ist eine Einstellung, kannst du machen. Komm schon aus Malches, sag ich. Ist du nicht irgendwo da rechts noch irgendwo? Ah, auf der Creme hast du auch noch. Nee, das geht nur her. Wow, wie er nur die Bündnis macht, damit er mich angreifen kann, weißt du? Und wie er das sagen kann, er hat auch mal gewonnen, weißt du? Nee, angreifen geht leider nicht. Da ist noch zu viel... ...Döze mit dabei. Bei dir. Weil die sind alle dabei. Ja, natürlich sind die alle dabei. Bei mir ist vollgerecht nicht dabei, das ist doof. Krieg weit weg, oder was ist das Problem? Keine Ahnung. Tranker, hier hat Schulden. Genau. Das ist aber Schluss das Problem. Komm schon aus Malches Reich. Doch, die wollen. Das sieht man ihnen an, wenn du... Guckst du doch an, wie die wollen, Alter. Das sieht man schon am Namen aus Malches Reich. Das sagt doch schon, ich möchte Delfinio töten. Das sagt doch schon alles. Sieht's wohl wie beim nächsten Herrscher aus. 4, 4, 4. Das lobe ich mir. Ja, geil. Oh, ich hab jetzt die Blimpus 5 durch meinen Herrscher. Ja, geil. Ist ja richtig schön. Ach, seh ich jetzt, das hat sich da... Warte ich jetzt noch, bis das... Nein, das lohnt sich da nicht, glaube ich. So, kann ich schon mal einen Marktplatz bauen? Geil. Ja, was kostet denn der Marktplatz? Oh, plus 8 Handel. Bau ich. Plus 8, Alter. Bau ich gleich 2. In derselben Provinz. Das geht zwar nicht, aber... Details. Kommen wir nicht mit Fakten. Meine Meinung steht schon fest. Der Fiener immer weiter aufrüstet. Geht das nicht langsam ins Geld? Ich rüste auf, aber ich hab genug Geld. Achso, ja dann. Ach. Mhm. Das ist halt mehr Geld kostet, weil er wieder die Hälfte nicht weiß. Ja. Ja, da unten ist halt scheiße, ne? Unten? Warte mal. Das will ja sowieso keine haben. Aber kauerst du jetzt alle in den Provinzen, oder was? Mhm. 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 Kannst du mal einen Tag weiterlaufen lassen. Einen Tag nur? Ja, da kommt mein Diplomat zurück. Ja, da ist noch was. So, ist ein Tag weiterlaufen. So, stecken wir gleich wieder los. Ach, wenn wir Rebellen da drauf sind, dann kann ich das nicht verkaufen. Oh, du hast Rebellen. Ja, du hast Rebellen. Ach, das ist aber schlecht. Muss man an der Flotte mal da runter segeln. Das ist immer so umständlich mit der scheiß Flotte. Gib mir die LC, dann geht das viel einfacher. Dann kannst du einfach deine Armeen klicken, auf ein Land klicken, wo du hin willst. Und wenn das dann hier gehört, dann gehen sie direkt in das Schiff und segeln da runter und alles. So. Oh. Oh, geil. Gut. Dann warten wir. Hier starten wir die Aufnahme wieder. Das Fenster kann man wieder schließen. Und dann gucken wir mal kurz. Ja, sieht gut aus. So. Was hat den K.I. jetzt alles gemacht? Ah Gott. Wie hast du das denn weiterlaufen lassen, Alter? Alle meine Bündnisse sind weg. Was zur Hölle? Das glaub ich dir nicht. Was? Jetzt wird mir auch noch das Lügen unterstellt von dem Lumpen, Alter. So, mach kurz mehr. Klicken und dann. Gut. Kann man ja hier mal Gas geben. Oh, da finden wir uns Truppen sind weg. Schnell den Krieg erklären. Schnell den Krieg erklären. Oh, da sind die Truppenauter sind aufgelöst, ey. Wo könnten wir denn? Luca vielleicht? Oh, wir könnten... Nee, das ist gefährlich. Ah, die Schweiz ist halt Böhmenelektrin. Ah, ich würde aber gerne in die Schweiz expandieren. Ah, ärgerlich. Und jetzt... Ich gehe uns. Ah, ich gehe aus. Bis zum nächsten Mal. Oh. Oh. Mhh, hmh, 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 hmh. Weißt du, das sollten wir als nächstes machen. Du nehmst Puhn und ich nehm Böhmen. Okay? Achso, wenn wir nächste Runde machen. Können wir machen. Das wird lustig. Ah, Moment, Moment, naja, was, Böhmischer Obero von Schlaupingen, nehm ich jetzt an Ich nehme mal an, ich bin mal mutig, was die umgangssprachige Zeit für total dumm ist Also ich sehe jetzt die Truppen nicht, ne Natürlich sehe ich die Truppen nicht, das ist ja Blödsinn Die Multiplayer brauchen wir ja nicht sehen Was ist Österreich herum? Fühlen wir gleich Krieg oder warum laufen wir Österreich herum? So, jetzt die Beziehungsverbesserung bleibt mal feinlich hier Ach, man hört das Bino, man hört das Bino Nein Was rum, oder was? Er hört mich gar nicht Nein Nein, überhaupt nicht Nein, nein Mach das mal aus, Junge Alter Ist ja noch schlimmer geworden, was machst du? Kauf dir mal ein neues Mikrofon oder was auch immer da kaputt ist bei dir Das ist mein Rechner, warte mal, ich guck gleich mal Dann positionieren wir deinen Rechner so, dass er nicht direkt ins Mikrofon bläst Steht direkt daneben, ist doch nicht schlimm So, mal gucken Du sollst jetzt hier nicht pausieren, du sollst nur gucken Na gut Muss ich nicht, mach ich das so Schraub mal Kannst doch im laufenden Betrieb wohl ein Jetzt komm Junge Das ist die Scheiße Kannst ja wohl im laufenden Betrieb mal deinen Rechner fixen Je lieber wixen, mehr fixen So ein Telefon So ein Telefon Wenn man irgendwo anruft, bis man da rangeht Boah Schluck auf Schluck auf Denkt auch immer was Neues aus Ja Und natürlich auf 2 statt auf 3 So, strafen darfst du jetzt nicht mehr mehr als 10.000 Truppen haben Lösen wir den Rest auf Warte mal, ich hab hier gerade Nicht die Grape-Cutte im laufenden Betrieb rausziehen Was ist denn das? Äh, was ist das hier? Augsburg? Augsburg, achso Ja Ja Uffle rein? Ok Im Chat nichts Neues Im Westen nichts Neues Woher weißt du wo mein Chat ist? Am Westen Immer so Aber ich hab nicht gesehen, wie ich es runter gedreht hab Nein, ich hab's doch schon wieder hoch gestellt Zwischendurch Ja, auf 2 Ich hab's reingestellt Nein Ich hab's reingestellt So, ich hab's reingestellt Ich hab's reingestellt Oh! 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 Ja gut. Ich muss jetzt mal hier kurz... Wollen nicht so recht scheiße. Ich könnte mir jetzt langsam mal diesen Krieg beenden. Schwierig. Oh, schnell mal hier. Aufdrehen. Was ist denn da? 65? Soll ich das riskieren? Okay. Zu spät. Es geht zu spät. Einfach. Einfach riskieren. Was suchst du denn schon wieder? Ich meinte dich. Also. Ja. Ich muss es jetzt leider. Ich bin jetzt in der Zeitpunkt gespielt. Greif mich an. Ja. Greif mich nicht an. Nein, du sollst mich angreifen. Ich hab doch nur 15.000 Truppen. Ich hab 22. hab ich. Ich könnte noch mehr haben. Wir haben noch 4+. Geld oder Truppenlimit? Geld. Rekrutenreserve hab ich 12k. Truppenlimit. Nicht Rekrutenreserve. Was sind Truppenlimit? Wo ist das? Das ist wenn du Truppen rekrutierst, steht das unten links. Das hab ich dir schon oft gesagt. Hat mich aber noch nie interessiert. Ich verstehe warum du pleite bist. Da steht 22 von 23. Also kann ich noch einmal machen. Wenn ich mehr hab, dann äh. Warum werden die oder was? Nö, du kannst ruhig mehr haben. Wird dann halt teurer. Achso. Was bitte? Extrem teurer. Okay. Ich weiß nicht wie viel extrem. Wird halt teurer, das weiß ich. Können wir jetzt bitte mal diese Festung hier erobern? Das finde ich jetzt ganz geil langsam. Wäre das im Rahmen des möglichen Spiels? Einfach mal gewinnen. Natürlich nicht. Und der Film macht wieder Pause. Wie auf der Arbeit. Hauptsache Pause. Ganz lange nichts arbeiten, aber Pause machen. Das kann er. Da ist er ganz vorne mit dabei. Äh. Okay. Kann ich jetzt mal gewinnen, bitte? Oh, danke. Oh, danke. Das reicht aber halt nicht. Kann ich nicht. Wie wäre ich das hier noch. Oh, oder? Oh, das wird sein. Haben wir doch. Erstmal Pause machen. Was würde das kosten? Was läuft der denn dafür? Ach, den 68 krieg ich nie. Ja. Ja.